herzlich willkommen zur weiteren folge jeweils ja nur die dann sind wir angekommen händler und werden uns und natürlich unsere unseren auftrag abgeben und alles erledigen die belohnung ein kassierende und dann schauen wir machen können reparatur steht an und zwar aber was für mich also hier mal gucken fertigheizpunkte zurück es ist ja ja gewährt schön bücher wissen rezepte wissenschaft schmiede schießpulver messbecher kleidung das haben wir eigentlich alles geld brauchen wir auch nicht quatsch eisensperren haben wir gerade noch verkauft hier fährt warum auch nicht so nichts bei ok dort haben wir immer stufe 1 aber nicht heute wir müssen zurück zur basis und da sprechen was reparieren so das nicht gemein wir haben kaffee zu hause und auch ein clown und war mal zurück ans kassel gekriegt und das geben das wird reicht noch wie gesagt wir müssen jetzt ein paar elektro pfosten bauen die müssen die pfosten die da sind nutzen gleich nehmen draußen stromkabel reparieren generat davor ausschalten für die erst mal rein rein können und dann nehmen wir die kabel hat neu und die vorhandenen reparieren das ist ganz wichtig dafür haben wir es tun ein bisschen gas geben wir haben 1904 bis 10 wird hier draußen mehr drin sein also hier reingehen und dann schaut mal ob wir teile zusammenfinde für das auto oder für das fuchszeug oder hubschrauber das wäre doch was ne gleich bei und wenn die dinge bauen und umpacken und der gespeck ja entsprechend umräumen die vorne den zaun das kaputt dafür komplett die eine ding sagt auch einer fahrer so ganz kurz cesam öffne dich machen wir ganz kurz hier die tür auf und dann können wir ein moped reinfahren da können wir auch noch was nachts auspacken nicht zur not mal hier bin andern hier so brücke hoch heute wieder aus müssen wir hier gleich reingehen und dann auspacken tun wir später kein aufbleiben oder natürlich bauen noch mal so sofort haben wir steine bei nein sequenz den haben wir jetzt kauft gut cement maximale auf bald kriegen hier haben wir eisen drin eisen bahn so kann ich mich erarbeiten beton haben wir auch genug ressourcen hier ist voll mäßig einschmelzen messen gucken 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 munition ist gut dann können wir gleich mal beraten waren das machen wir hier rein hier ist sammen honig verkaufen können am nächsten mal gläser? glasig ist das auch nicht aber wir pflanzen heute aber nicht mehr erstmal reinräumen wir brauchen schalter nicht hier auf jeden fall dann brauchen wir zum bauen und eisen zange brauchen wir eisenbahn stahlbahn eisenbahn dann legen wir die fettmereien ach so ach so das brauchen wir noch reparieren zange haben wir besser wäre natürlich auch nach wo haben wir auch nicht schlecht aber den erdbohrer erstmal den raum nicht unbedingt ach hier vorne eigentlich erdbohrer einfach den haben wir auch ok gut haben wir schon ein paar gebaut zumindest zwei zwei knochen 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 können raus die brauchen wir nicht jetzt mal da rein platz schaffen die können auch raus jetzt noch schnell raus geben wir haben noch diese zeit 20 uhr das heißt gas gehen die vorne stromgenerale ausbauen hinfalls der hier vorne der erste vorne voll getankt voll getankt so im episode anschlagbereit haben sonst ist der spät nachladen kommt so hier haben wir kabel zu liegen da auch da hätten da schon jemanden mehr hier auch denn geht gleich oh die zeit vergessen so typisch natürlich ist da kein beton drin ist da kein beton drin hätte das vergessen denn normalerweise reisen wegnehmen so haben wir noch zwei jetzt machen wir noch zwei jetzt machen wir später so jetzt überlegen sagen wir jetzt sagen die zange zange könnte nicht funktionieren so so jetzt schon das nicht Das ist besser, dann klappt es auch. Das heißt, die muss ich neu verlegen. Aber ist ja kein Problem. Und generell das Aus ist keine Gefahr. Nur von der durstigen Kuh da hinten da. gut dann komm mal her so probleme löste gut das teil wäre jetzt neu gebaut tun wir uns reparieren dann ist ja neu aber repariert so wie gesagt wir können durchgehen weil es ist ja wie kam die nicht her die bursche ist gut aber ich will da sind sie auch durchgebrochen wir haben kein mehr doch wir haben ein etwa eine mitte dann die spezielle zahl und 3 wie gesagt hier ist die aktuell keine gefahr weil wir haben ja hier füllt auch so weit weg also strom auch wäre wäre es gefährlich so zeit und beeilen können wir ein bauern da kann man gleich mit dem beton reparieren hier war es gewesen ich will nachdenken beton die bald dunkel schlecht so 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 schnell auf verlegen schnell auf den stoff verlegen jetzt kann man mal reparieren ne so so gut das macht nichts oder wenn man da auch da gehen geht auch ja aber dunkel schön müssen wir hier noch nicht anbauen weil gelegenheit so gut ist zähne rein so machen wir einen generator an und dann wird nicht der baum überladen gut so viel gut so viel gleich drin ne mit ne beim nächsten mal wollen wir was entsprechend ja da ach silber mit freies so auch gleich nach der tür alle seite so da noch mal reparieren so klug auf wieder so wer sich eingeladen super gleich mal wieder herstellen da haben wir wieder 300 stück ungefähr ungefähr hier haben wir generatoren aber gleich mal herstellen Hm 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 2 2 1 warte mal ist doch kein strom das dunkel oben beziehen alle 2 2 3 4 4 5 5 6 7 Böse, Böse! So, dann nehmen wir hier einen weg und nehmen eine Mitte. Und zwar so, dann nehmen wir hier rein, stellen wir hier mal hin, so, da gleich mal reparieren, gleich mal ein Stück Eisen nehmen und oder hier die Fallen aufbauen, wo die Falle umbauen, das ist so nicht gut, da hat Falle. Das heißt, das heißt, schalte. So, das soll es für heute gewesen sein, ich sage mal schön, danke, was reinschauen, tschüss, 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 tschüss. 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 Tschüss.